Schreibt in die Kommentare, Peach ist eine kleine Bitch. Mario Party für die Nintendo 64. Ich heiße euch herzlich willkommen. Witzschatten? What the fuck? What the fuck? Was hat die... Du bist... Was ist passiert? Wow! What the fuck? Was hast du gerade gemacht? Ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Was ist gerade passiert? Was hast du gemacht? Schau dir Luigi an. Weißt du was? Ich... Nein, du bist stark genommen! Ich nehme jetzt den Stern, weil du keine Happy Meals-Dinger hast. Du kleine Stockscheiße. Der hat meinen Stern genommen! Ganz ruhig, wir haben Nachbarn. Es ist mir egal, ob wir Nachbarn oder... Er hat meinen Stern genommen. Guck mal, wie psychohaft Yoshi guckt. Er macht mich... Ohne Mist, er macht mir Angst. Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Also in Mario Party 2 mag ich es auch nicht besonders. Ich stehe auch dazu. Also es gibt ein paar Spiele in Mario Party 2, die ich auch absolut nicht leiden kann. Äh, LOL. Ja, aber... Ja, Laber! Ich kann das nicht, es ist so schlimm, Mann. Oh, gewonnen, Mutterhelden. Ne, ich habe gerade irgendwie... Irgendwie habe ich damit echt nicht gerechnet. Äh, du suchst du die Richtige aus. Mach weiter so. Ja, für... Jetzt lege ich sie endlich mal flach! Yeah! Auch wenn sie jetzt nur eine Puppe ist. Jedes noch einigermaßen. Und jetzt wird es ja zufällig... Ja, nein! Yes! Das hat sich vor... Du, 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 du... Wow, jetzt sagst du mir doch meinen Cock. Dankeschön. Entführung, es gefällt mir gar nicht. Was? Yes! Ihr seid trotzdem gefallen! Lopfer! Lopfer! Sch, chill. Es ist 9 Uhr abends. Ich bin interessiert, dass ich... Ich bin interessiert, dass ich habe dich in drei Sinnen wahnsinn besiegt. Nein! Vielen, vielen trinken, das sollte klar sein. Und... What? Hallo? Verarscht. Ich werde nochmal gucken, was passiert jetzt. Scheiße! Ich mache die Reihenfolge nicht! spring einfach jetzt jetzt weißt du jetzt weißt du wie mein leben in diesem brett ist ich wollte mich doch nicht wählen halt hier wie die tasten klappern ja komm lass los betrug nein das ist unfair also mehr kann ich auf den controller wirklich nicht mehr einhemmen komm was ist das meine ethik die zeigst du jungen kinder dass man denjenigen der verloren hat mobbt oder nichts ich hab gewonnen was für eine überraschung ja bei den anderen vielleicht etwas vermisst die sind nämlich relativ cool da kann man sagen der ist so wie hat luigi denn bitte geworfen luigi aber komm den hätte man mir eigentlich geben können das war echt also ähm ich weiß warum man die handball nationalmannschaft von italien niemals bei turnieren sieht wenn ich mir gerade luigi's wurf angeschaut habe sie sollten doch eher beim fußball bleiben glaube ich oh komm gib mir ein bisschen mit wem bin ich überhaupt im team ja das habe ich mich gerade gefragt man was machen wir eigentlich gerade lass mich das ist mein bombomfall gewehr du bist nicht in meinem team also ver- schnutz dich ähm vario bist du in meinem team oder nicht ich hoffe du bist in meinem team vario ich hab keine ah was wir waren in einem team scheinbar du bist nicht in meinem team was die ganze geschlange wir waren in einem tier was also es ist schon ein gewisser karten hässlichkeit erkennbar bei mir sieht es überhaupt nicht ähnlich mit dem original was nur 70 meins war besser nur 70 Leute schreibt mir in die kommentare ob das nur 70 punkte wert waren also habe ich irgendwas übersehen oder wurde ich gerade einfach nur verarscht also ehrlich gesagt hätte ich nicht mal 50 gegeben du bleib hier stehen der donkey kong läuft nicht mehr mit Alter es ist voll ich wusste es ich wusste es es ist diese scheiße die scheine passiert ich muss jetzt irgendwann mal eine aggression loswerden wow du ich wurde gerade von einem Fisch gefressen ganz ruhig ja nein 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 Ich hab Betrug gehört, da bin ich. Fickt euch, Spiel! Ficket euch! Du hast gewürfelt. Ja man, ich hab Gottes Geld bekommen, man gibt mir mal meine Frau verhungert. Okay. Hör, wir forscht man. Genug. Warte, muss ich dir meine Titten zeigen, damit du es nicht so gemeint zu mir bist, man. Chill. Ähm. Nein! Ich brauche es aus! Also, sie ist jetzt verstört und ich kann ihr ja sagen, was passiert. Na, diese Moderation übernehme ich. Also, ähm, da ist ein Bowser und er wählt aus... mich. Okay, dann ist es mir egal. Okay, ist in Ordnung, ist ja nicht ich. Fehlen. Na gut. Hey Yoshi, ich mag Erdbeeren. Ja, denke ich bin nämlich auch. Oh, ein Pflänz. Guck mal, wie süß. Ist die Blume nicht schön? Oh, ich hab ein Baby. Na, Yoshi ist übrigens eher nicht schon wieder so einer. Hallo? Wo? Ja komm, wie du es sich wieder hoch packt. Schau euch das mal an. Wow! Nein! Was war das denn? Ich weiß es nicht. Hast du ihm grad seinen Sack abgeschlagen? Ja! Das ist so ähnlich aus, er war grad in der Luft und dann ist es bäh. Ja, das macht mir Spaß, wisst du. Wie schlingst davon. Ich weiß, dass du den ganzen spitzen Dinger reinrammst, aber nicht hier. Du bist so schlimm. Warum? Geh dir den Mund waschen, du Pflege, du. Wieso? Sie rammt sich doch die ganze Zeit spitze Dinger auf ihrer Beine. Ja, ja. Jetzt mach ich mal! Opfer! 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 Oh, Opfer! Du bist so ein Scheiß-Opfer! Komm her, Herr Peach, guck mal. Hier, ich habe etwas auf die Rückseite geschrieben. Schick dich! Aber Mario, ich habe dir doch schon mal sechs Münzen weggenommen. Als ob meinst du 77% ist, hallo? Also, du bist das einzige Opfer, das nichts geschafft hat. Ja, schau das dir doch mal an. Also... Ich fand's nicht so schön. What the fuck? Was ist das denn? Das ist scheinbar scheiße. Nein! Scheiße! Oh, war ich seltener Gast? Nun, Yoshi gibt Yoshi zehn Münzen. Sieht doch gut aus. Scheiße! Das wollte ich nicht. Es betrifft mich nicht. Ähm... Das finde ich gut. Es betrifft mich nicht. Ähm... Weiß nicht, ob mir das so gefällt. Nein! Hallo! Das habe ich gut gemacht! Johann! Der hat bestimmt mehr Punkte. Ha! Wie bitte! Ich hatte 99! 100 Bitches! Das ist unmöglich. In diesem Spiel kann ich nicht gewinnen. Ich gebe auch fest. Ich stelle noch fest. Ja, ja. Willst du mich verarschen, du dummer Toad? Du beschissener kleiner Toad, du kriegst sowas von aufs Maul! Wow, ganz ruhig hier! Wo kam das denn her? Ja! Trommler? Warum?! Wow! Warum?! Wow, ich wollte gerade sagen, meistens gewinne Trommler, weil der am meisten zu drücken hat, dachte ich immer. Aber... Warum?! Scheinbar hast du es nicht gewonnen. Du kriegst es nicht mal mit dem A-Knopf zu drücken. Yeah! Hallo, Skiller Nummer 1! Nein, los, los! Macht das nach, macht das nach! Los! Oh, du Opfer! Da hast du wohl den Link ins Klo gekrüft. Danke für den Stern. Du weißt schon, dass das war, generiert sich so, oder? Ja, natürlich weiß ich das, aber ich hab's mit deinem Skill trotzdem geschafft, eine 10 zu werden, wenn du mir konzentriert. 10. Und die 9 ist schon mal eingetroffen. Jetzt hat er eine 10. Achtung! Warum hast du nicht mit Yoshi-T? Ich hab's gewonnen! Tja, ich hab gewonnen! Kein Stern für dich, Sucker! Ich hab's gewonnen! Hallo! Hast du gesehen, was du mit mir gemacht hast? Du Ar... Du Ar... Du Ar... Wie hab ich das denn gemacht? Du Ar... Das war gar nicht geplant! Du Ar... Du Ar... Nein! Ich hab's davon verdient! Jaha! Ja, ich weiß, dass ich den Sieg verdient habe. Yeah! Was hast du gemacht? Hast du dich erträgt, oder was? Nein! Ich hab's... Ja, du Ar... Ja, ich hab's... Du... Ich weiß... Ich weiß es nicht! Was passiert...